ganz ehrlich sagen naja es ist echt komisch dass mein Rechner keine 60 FBS aufnehmen kann Alter Entschuldigung schon lange weg war sie hier OOOH WAS?! OOOH ALTER ich hasse so einen Dinger OOOH WAS?! Da war ich jetzt gerade ähm ich bin grad ich bin grad ein bisschen überfordert Alter ich bin grad sehr überfordert Alter was ist denn aber ein gutes hat es die können zwar fliegen aber schlecht fliegen das ist eher ansehbar ja zumindest wobei der Lupfer eben gerade der war krass Alter hab ich dich getroffen ja ja Entschuldigung ich hab mich jetzt schon die ganze Zeit hier das zweite war jetzt ja das eine NEEIN was macht er sind wir hier im Luke Kanal oder was? ja ernsthaft wie ah unfassbar Alter nein 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 Sie macht gerade Mittagsschläfeln. Mittagsschläfeln, ja. Sein Hirn macht auch Mittagsschläfeln. Nein! Was hab ich denn da versucht? Ja. Oh, Alter. Oh, Alter. Ja. Die sind hier so nubig, dass man... Ja. Aber ich sag dir auf jeden Fall Bescheid. Also ganz ehrlich, die können zwar fliegen, aber die sind so nubig, dass... Die sind unberechenbar. Man kann nichts machen hier, das ist so kacke gerade. Ne, ich... Entschuldigung. Ja. Die sind so nubig, dass die unberechenbar sind. Also... Wie soll ich sagen? Ah! Oh! Guck mal, da kann ich schon machen, was ich will und du sprichst nichts an mir. Lass, 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 lass. Ach, schade. Ja, ich wollte dir... Ja, ich wollte dir nur Bescheid sagen wollen. Weil's ich den gekriegt hätte, dann wäre das für mich gar nicht schlecht gewesen. Ja. Ich hätte den zwar auch perfekt gekriegt, aber... Naja, da ist eh nix draus geworden. Was? Alter. Alter. Ohoho! Das war gut. Äh, das war im Prinzip auch gut, weil ich den Penner da... Wieso sag ich Penner? Na egal. Alter! Alter! Oh, das war nicht gut. Oh, das war ja auch nicht gut. Das war schon besser. Oh! Ja, endlich. Ich will auch auf jeden Fall gegen die gewinnen, weil... Die sind so schlecht. Na geil, das war ne Vorlage von mir, weil er mich angeschossen hat. Waren wir irgendwie gerade bei einem bestimmten Thema, bevor der Anruf kam? Nee, ne? Du weißt doch, ich hatte den Kopf wie ein Sieb. Wenn, dann hab ich das schon längst vergessen. Nur Nudeln drin, ne? Ja. Ein Nudelsieb. Oh, Alter. Ah! Oh! 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 Das war... Oh, Alter. Das wär so schön. GW. Oh, Alter. Komm. Schade. Ich war da zu langsam. Die sind so nubig, ey. Ach! Wieso? Ich sag's ja, die sind unberechenbar. Hä? Was macht der da? Ach, Mensch. Das gibt's doch nicht. Ach, Mensch! Alter. Alter. Ich wollte den dann auch noch... Ach, Mann. Warte, ich komm von hinten. Jetzt, 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 jetzt! Ja. Oh, was? Sorry, Alter! Ich hab ihn dir voll geklaut, aber gut, den hättest du nicht reingehaut. Aber trotzdem. Ich habe kein Turbo. Ja. Warte, das sind so nubig. Äh. Ja. Ich wollte grad sagen, sie sind so n Idioten. Wie heißt das hier, weißt du? Was? Ich bin besser Spieler. Ja, hast du ohne Ende Vorlagen gemacht, ne? Weißt du? Wann nicht auf die Tore, Leute. Alter. Na, wenigstens sind die draußen, weil die das... Die waren anstrengend. Ja. Ja. Pam! Da hört man mich sogar doppelt. Das habe ich dich gerade so gekriegt. Nee. Habe ich dich nicht getroffen? Irgendwie hab ich gedacht, ich hab dich getroffen. Also. Ah! Flubi-Effekt. Oh. Geht was. Alter. Das war grad geil. Ah, meine Kallo sieht so geil aus. Komplett in den... Gelb und grün geil. Gelb und grün? Ja. So wie mein Hut und mein... Achso. Bo-Bahnein. Was? Bottlery-Bottlery-666? So. Oh, Alter! Oh, Alter! Hat er mich da immer weggeknallt, der 666er. Oh! 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 Ah! Alter! Ah, shit. Ah, schade. War eine sehr gute Vorlage. Also. Ah! Ja, jetzt haben wir hier mit richtig... ...interessenten Gegnern zu tun. Da hab ich auf Zwischenrufe. Interessenten Gegnern zu tun. Interessenten Gegnern zu tun. Da mag ich die ganze Zeit weggebeschnitten sein. Das ist unser Kollege aber auch egal. Das ist unser Kollege aber auch egal. Ja, ja. Ja, ja. Ach, ernsthaft. Was war das denn? Was war denn... Was war denn das von zu? Oh! Ah, okay. Ja, ähm... Richtiger Kevin. ...an der Torkante hängen geblieben. Oh! Alter, das ist doch ja auch völlig weg. Jetzt meine ich es da jetzt zu knöbeln. Aber echt... Ja, toll. Jetzt bin ich auch noch weggeschossen worden. Oh! Ja! Ja! Das ist mir gut. Oh! 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 Alter! Sorry! Oh, diese Kevins hier echt. Alter! Was ist los Kevin? Zu nervt. Und zwar gewaltig. Vielleicht gleich mal. Ah, er ist halt müde. Kann man doch. Alter! Ja! Ja! Gibt's doch nicht. Ah, war ein... Das war eine Parade?! Ernsthaft? Ich hab hier fast ein Tor geschossen und, äh... Oh, äh... Trotzdem eine Parade. Unfassbar. Na gut. Hat natürlich geklappt. Hm. Bei denen kann man nicht sideways. Also sideways. Boah! Alter! Ach, scheiße! Das ist ja zu schnell. Da war aber gut. Boah! Das war knapp! Was? Schöne Vorlage. Sehr schön. Alter, was war das denn für Zappel? Typ Mad. Boah! Ah! Ganz knapp. Ach... Guck dir nicht. Also da habe ich da gehört. Der kam sehr ungünstig. Ja, schade Alter, ich tue jetzt die immer stumm schalten Hab sie jetzt stumm geschaltet Ja, vor allem das Dieses ganze Geschreibe, das Da kann man sich doch gar nicht aus Spielen konzentrieren Ja, wir bekommen dann gesagt, dass wir, wie heißt das, die Dupes sind? Wo sie recht hatte, hat sie recht. Das war wirklich unhaltbar Oh, scheiße Das war sehr ungewöhnlich Alter, what? What the fuck? Was macht denn zu? Du hast mich umgedreht, Ligger, Alter Oh, scheiße Ah, sehr gut Sehr, oh Oh, schade Genau solche Dinge müssen wir Oh, alter Na, scheiße Blöd gedreht Wow, sehr gut Jetzt ganz nach vorn Schnell nach vorne Ah Man, ein Epic-Safe, Alter Oh, was denn? Das war auch ein Epic-Torschuss-Versuch Nahha Fache I So, mit Epic meine ich natürlich äh... gar nicht Epic für den Ich habe keinen Dup! Ja gut Ich wollte mir gerade gerade in Ruhe den 100er holen weißt du und sehe sich, dass ihr da den Puck irgendwie verliert dann entdeckt , ne? Stellet ihr da dritt Weed! Ach,merke Oh, Alter, wenn du den... Oh, Alter. Ach, schau, bitte. Äh... Ich hasse sowas! Oh. Nein, ich hab den nicht getroffen! Shit! Ja, wo man so ein Enuzis, Alter. Ja... Ja, endlich! Hat sie bei dir weitergeschrieben, oder? Nicht viel. Sowas blödes, ey. Weil sie so absoluten Oberloops schreiben und irgendeinem Scheiß, weißt du? Ja, und dann rausgehen, wenn man mal verliert. Das gehört doch dazu! Da wird aber das Schreiben nicht einfach aufgegeben, sondern weitergekämpft. Ach, scheiße. Ich hätte nicht wegdrehen sollen. Oh, 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 oh! Nee. Ah, ich wurde weggedrängelt. Huh! Alter! Hier hat mich angeschossen! Ah, ich... Na, schade. Ja, die sind auch recht heftig. Aber nicht unbesiegbar. Ähm... Das war knapp, Hähnchen. Fast hättest du deinen Hut, äh... ...geschroten. Das war knapp, Hähnchen. Blatt gemacht. Einen Glück gehabt. Dass ich den noch heilgelassen habe. Ne! Was ist? Ne Antenne! Ne Waffel! Geil! Willst du mich veraschen? Wieso kriegst du schon wieder was? Hast du gespielt in der Nacht? Ne. Hm. Krass, dass du schon wieder was kriegst denn? Ja, das ist halt, äh... ...random, ne? Ja, das ist aber mehr Bücher. RANDEM! 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 Pst! Oh! Hilfe! Dieses Gezuckel immer! Ich glaub den Ken so den kennen wir eigentlich, ne? Kann sein. Oh, was ist das? Oh man, konnte ich nicht sehen. Ähm, ja, cool. Ey, das sind ja ganz... Was ist denn, andere Spieler jetzt? Ach so, die sind alle rausgegangen. Mann, bin ich heute. Ja, ja, ich bin irgendwie ein bisschen neben der Strecke. Stark Industries. Ach, sie hat weggekippt, gerade. Nur deswegen hat er den gekriegt, ey. Ja, sowas machen wir auch recht wenig. Aber gut, äh... Ja, man muss sich auf irgendwas konzentrieren, dass sich das mal auf das Problem geht. Güter. Alter. Ähm, Alter. Ach. Mann, ich bin hier die ganze Zeit falsch gedreht. Oh, sehr gut. Oh, der kommt durch. Komm. Oh, das war so was von leicht. Oh, ein Kinderspiel. ich bin nur genau mit dem Kopf aus der ich habe lange nicht mehr so ein Schuss hingekriegt weil du erschrocken weiter Alter so hunderter gekreilt jetzt bin ich auch da oh schade nein schade dass du da weggekickt wurdest oh nein oh nein oh nein das war Fehler von uns beiden ich hab den da richtig weggeschwucht, oder? ja war egal Käppel ginge oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott das hätte, oh alter, das hätte jetzt echt müssen ein Auge gehen können schade ja, der wäre reingegangen krass oh, scheiße schade schade neun alter kenzo oh kenzo steht auch? ich kann ja mal amw kommen ja, okay na ah, scheiße oh schade oh 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 ich halt, nein hallo alter, weil ich so blöd da mhm ich konnte nix machen okay, ETT-Team schreibt dazu um I only get pumped get So, entschuldigung, das musste mal sein. Alter, dieser Pisser! Entschuldigung. Er spielt so scheiße dämlich, steht die ganze Zeit nur im Weg rum und pisst uns an, ey. Boah. Sorry, aber bei sowas werde ich aggressiv. Was macht der da eigentlich? Oh. Mann, nee. Two versus one? Nee, grüßes. Tut mir leid, Hähnchen. Ach Gott. Ich glaub ja. Nee, ich nicht. Wegen solchen Scheißidioten lasse ich mir das Spiel nicht vermiesen. Naja. Aber es gibt halt auch immer, im Rockgelik gibt es auch immer solche Idioten. So. Ja. Oh ja. 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 Ja.